hallo freunde willkommen zurück hallo hallo easy so wir sind jetzt beim händler wir waren fleißig wir haben beide so um die 5000 58 54 habe ich ja das macht schon ein bisschen benzin so heute machen wir noch ein wüstentag ich habe ein paar sachen für dich ach so oh gott ich nehme die dietrich so zeigt mal den inventar bitte das ist für dich das ist für dich ja auf gold und silber sagt er nicht nein so das wäre wieder 10.000 haben oder nicht haben modtechnisch was hast du denn das habe ich dir verkauft nicht was uns interessiert bücher bücher gefecht in der stadt band 4 das ist nicht den wir brauchen also wegen die mine meine ich das war beim 5 das kauf ich dir bist du bist du drei stück anfeuerwaffe ja wenn es mich so anbietest ne ja ja ich bitte so an so geben wir meinen job um versorgung will ich nicht wir haben zum bühne nachbarschaft 190 meter ja klar kann er fast zu fuß gehen das ist ja dann gleich hier hinterm hügel ne mhm ach das schießt dann mhm so ich bin soweit leer so und ich muss gucken deine drei bücher ja da gebe ich diese raus ok ich wäre auch soweit oder auch nicht so du darfst nochmal die mülltonne hier können wir viel material mitnehmen wenn man das möchten wir benzin bin ich zuständig für benzin dann machen ja was weiß ich so war so war mal einmal komplett ich mache das das zeug kleber was krieger ja das ist alles leben das war daneben aber leben hole ich dir auch aus dem boden raus ich meine ja es nur wenn sie jetzt koppelstür oder sowas ach so ist sonst alle kiste durch ja ich lass doch da nichts übrig aber wenn wir sie durch klopfen lassen so drin ja vielleicht später weiß nicht ob wir noch mal vorbeikommen das ist direkt am motorrad dann gehen wir von dann gehen wir irgendwie wieder rein ok guck mal guck mal da oben wo denn kannst dich da hoch jo kann man aber vielleicht hier hoch und dann da hoch ne das geht nicht ganz Moment wäre doch klar wenn ich nicht dran komme ne wäre doch klar wenn ich nicht dran komme ne na guck mal noch ein buch für dich das ist ja wie weihnachten für dich heute ne vier stück so machen wir erstmal sauber so sollten echt nur diese beiden hier drin gewesen sein ich bin bis hinten durch und ist nix ne na dann dann verdient euch vielleicht vielleicht mal jemand bessere waffe ne immerhin ist ein skistand das war ich drei drei pistole gefunden zum verkaufen halten ja 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 so land leer kasse beide beide leer stopp 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 klappe gieß mal ein bisschen ok wieso willst du nicht ich glaube dass es hier lang geht ich glaube der weg nach draußen warte aber wie machst du mal die klappe kaputt scheiße wo ist eine schreierin ja da wo ist die jetzt hergekommen und draußen mhm jetzt kriegen wir besuch ja da kommen sie schon pass auf dass du nicht zu weit weg gehst ne ich hänge fest ja ich auch ey wir haben doch sonst ja 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 Okay, die Schreierin macht mehr Stress als die Quest. Nee, nee, sie vergonnen für dich keine Munizierung mehr. Was Vernünftiges mindestens? Ja, Erbsen. Erbsen und Saft, den kann ich gleich trinken. Juckasaft. Und was ist das hier für ein Buch? Schrotflinten, Messias Band 4. So, ich gehe eine Runde joggen. Ja. Komm rein, ich mach zu. Da kommt eine Menge, ne? Ich habe nur drei gesehen. Vier oder fünf, sechs. Aber wir haben schon genug Munition ausgegeben. Wie oft denn? So, ich muss mir verbannt. So, aber das war schon mal gut mit der Klappe. Hier sind noch Munition. Ja. Äh, warte, nicht, dass noch eine von, irgendwas noch von draußen reinkommt. Klappe hoch und Tür zu. Nichts? Nein. So, äh, der ist entloot. Ja, aber auch ein riesiger Hof, ne? Ja, äh, ich hab nen Plan, ich, krieg ich das irgendwie, irgendwo, da unten platziert, ne, ne, der lässt, ne? Ich versuche mal da rein zu gehen. Dann geht es bestimmt gleich los. Und ich komme dann. Ganz sprechend. Oha, oha. Was tritt mich denn hier? Ist hier ein Geier? Boah, guck mal wie viel. Ja, ja. Rappeln alle übereinander. Ach gut, was das ist. Der ist noch vor dem Hof. Da muss ich ihn auch aus meinem Verband. Das war die Kiste. Guck mal da oben am Fenster. Und du sniperen kannst? Ja. Das sind aber noch eine Menge. Ja, aber die sind nicht so schnell. Die müssen erstmal von deren Ecke sich befreien. Arm ab. So, gehen wir rein mit Speer für den West. Oha, ein bisschen Spaß haben. Da kannst du dich ja auch erschrecken, ne? Okay, eine Krankschwester. Jetzt kann man ziemlich entspannt looten. Okay. Das kann ich trinken. Es kommt zwei runter. Aua, ich geh das hin. Weiß ich doch. Hallo, da drüben. Irgendwo ist noch eine. Hallo, da oben. Schade. Also hier oben führt einen weiten Weg. Über die Dächer. Ich bin beim Entblut, weil ich voll bin. Und ich hoffe, dass ich so ein paar Sachen reintun kann für dich. Kannst du mir sagen? Oh, ein Schatzkabel. Kannst du mir sagen, was du brauchst? Also was du schon in dein Inventar hast? Was ich hier rein tun kann? Ähm. Koppelstone. Koppelstone. Koppelstone? Ja. Das Messing. Bruchssand. Lehm? 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 Ja. Lehm? Ja. Rohre? Stoffe? Plastik hast du noch nicht. Bumgarn? Ja klar, Muni für mich ja. Hm. So. Und das nehme ich raus. Die Stiefel, die Karte. Du bist fürs Benzin, ne? Ja, ich mach Benzin. Da siehst du, ich hab auch eine Pistole mal gefunden. Denk dran, ist noch irgendwo eine da in die Gebäude, ne? Äh. Essen? Du hast Hunger. Ah, trink auch einen Schluck hinterher. Wieso noch die, diese letzte Tante? Ich hab's gefunden. Ah. Das war der letzte. Das war der letzte. Ja, du kannst, äh, dann. Äh, kommst du mal hierher, das kann ich nicht mehr nehmen, aber ich glaube du. Äh. 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 Da bist du. Was denn? Was denn? Dann die Militärkiste hier in der Ecke. Das ist deine Muni und das Buch. Und du musst am Endblut das Zeug nehmen. Das hab ich schon. Also wir sind durch. Wir sind durch. Ah, hier ist noch Benzin. Guck mal, lass mir doch nicht stehen. So, wir müssen irgendwie raus, ne? Und an den Tresor. An den Tresor. Den hab ich nicht vergessen. Glaub's mir. Ich hab's nicht geschafft. Ich puddel mich hier durch. Ich geh schon mal zum Tresor. Ja, mach das. Niemals. 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 So. Ich glaube nicht, dass ich noch einen zweiten Kleintreffer habe. Ne, das glaube ich eigentlich aber nicht. So. Oh, ein Magnum. Kann ich aber auch gar nichts mehr nehmen. Ich gucke mal. Die kann ich nehmen. Was kann ich denn mal wegschmeißen? Warte mal, das Brot kann ich mal einfach. Die Kartoffel wirst du bestimmt haben, ne? Ja, wäre aber auch nicht schlimm, wenn du wegschmeißt. Den kann ich auch lesen. So, jetzt noch eine oder zwei Sachen. Ja. Jetzt sind wir aber auch richtig voll, ne? Jetzt sind wir aber richtig voll. Das schmeiße ich weg. Das auch. So, haben wir es. Da war noch ein Platz frei. So, hier rein. Das nehme ich. Das wacke ich rein. Und ein nicht benutztes Rezept. So. Dann nehmen wir mal das weg. So. Okay. Machen wir noch eins hier, ne? Ja, ja. Gucken wir mal, was hier in der Ecke ist. Zeig mal. Ach so, habe ich irgendwas zu verkaufen? Deswegen, ich gucke gerade, ob der irgendwo Mott gewinnt. Das haben wir x-mal zu Hause. Und bei dir? Warte, lass mich erst reinlegen, was du verkaufen kannst. Ach so. Du kannst ja gar nichts reinpacken. Nee, stimmt. So, was ist denn hier drin? Das aber x-mal, das auch, das auch. Was? Okay. Hallo, mein Freund. Das nehme ich dir. Genau. Äh, dann eventuell will ich sie. I got vehicles so slick. They make the roadrunner jealous. Schlagkrieg. 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 Das kannst du auch haben. Und den Nähzeugkrieg. Fertig. Was hast du für Aufgabe für uns? Äh, Stromerstellung, das ist zu spät. Also zu früh. Äh, Zombi oder Befallen? Befallen ruhig. Gibt es mehr Punkte? Besseren Loot? Ich habe etwas Arbeit für dich und es ist nicht zu weit. So, verkaufst du jetzt mal noch das Zeug, was ich dir noch zu geben habe. Hast du noch mehr? Ja. Ja, du hast ja dich einmal gefragt. Gib mal her oder so. Das noch. Das noch. Das noch. Das haben wir auch. Lass dich mal. Das Buch. Natürlich. Gut. Äh, den lese ich, ne? Ich habe noch was für dich. Also, ich muss Platz machen im Event. So. Dann gucken wir mal kurz auf die Karte, wo das ist. Oh, nee. Warte mal. Was denn? In Ötland. Juhu. Aber ich glaube, die, 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 den, äh, einmal drehen. Ich glaube, es ist doch nicht so weit. Aber wir fahren in Ötland. Action pur. Ja, ich hoffe es doch, dass mal ein bisschen was abgeht. Das war ja jetzt auch nicht gerade so. Gut, das Tor war günstig, ne? Der Inhof. Mhm. Der war nicht ohne. Meinst du, es gibt mehr Geld? Oh, ich bin tausend Kilometer gefahren. Ja. Ja. Ja, ich habe auch noch so ein paar Quest-Sachen. Ja, jetzt diese Belohnung habe ich auch gerade mal durchgeklickt, waren einige, besonders die vielen verschiedenen Zombies, weißt du? Ja. Ist die Hortenacht abgeschlossen. So, mein Freund, unbekannte Wege. Mal Wüst, mal Ötland. Je nachdem, wo du auf der Straße stehst, ne? Stimmt. Wüste, Ötland. Wüste, Ötland. Ötland ist es nicht in der Stadt. Aber auch wenn es nicht in der Stadt ist, es ist voll. Okay. Wollen wir? Ja. Das ist jetzt Gefallene, ne? Ja, okay. Geht schon los. Ehrlich? Ja. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Oh, Moment. Steht mal auf. Nochmal. Jetzt nicht mehr. Da war ein Gerock dahinten. Aber ich sehe gerade nicht viel. Nein. Gehen wir da hinten lang? Fangen wir da an? Ich glaube, wir müssen da lang. Entschuldigung. Äh. Ich sehe noch zwei Punkte. Ich sehe eine Hundehütte. Den habe ich schon Knurren hören. Oder nicht? Ich sehe nicht. Oh, dieser eisgeilte Wind, ne? Hier liegt einer. Hier liegt auch einer am Auto. So. Ein Krankwagen? Also hier? Könnte man auch eine Menge spriten, ne? Ja, dann ist aber das Inventar auch voll. Toll, man könnte es ja alles wegschmeißen. Ist jetzt so geportet. Äh. Auf der anderen Seite vom Bus. Also wird alle Fahrzeuge zerlegt. Ich glaube, du kannst eine Menge Benzin holen. Oh. Eine versteckte Kiste. Du hast die auch versteckt hier. Perfekt. Ein Forgebuch. Orangene Farbe. Das lese ich mal schnell. Äh. Darf ich runter? Okay. Eine Mine. Ich bleibe hier oben. Raumst du mal auf? Hab ich schon. Kannst runterkommen. So. Du sammle Benzin, ne? Ich sammle Benzin, wie immer. Hier sind noch zwei Kalister. Ja, ich komme ja auch wieder raus. Jaja. Okay. Hier ist ein Hebel. Geh mal das Benzin da hinten. Rausholen. Wo genau? Äh, nein. Jetzt links. Ah, ich sehe sie. Alles klar. Okay. Die Bullen sind schon durch. Guck mal. Perfekt. Alles richtig gemacht. Hast du ein Problem? Ja. Gaia. Mama. Der andere Gaia, der kommt auch gleich. Ich habe mir den Arm verstaucht. Das, das... Benzin habe ich noch nicht. Ach, Benzin hast du noch nicht. Ne, ich... Wie denn? Ist doch gut. Ich war auch bis zum Benzin... bis zum Fässer und da ist nichts passiert. Du gehst einmal raus und schon hast du Stress. So, jetzt habe ich es aber. So. Und wie du siehst... Du siehst nichts. Die sind schon alle tot. Okay. Den hast du vergessen. Ne, der ist nicht mitgekommen. Deswegen. Ah, Autobuch. Oh, klar damit. Jetzt gleich? Ja, am besten. Aha. Bitte. Ich lese den später. Am, 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 am Lektüre. Was du? Da drin warst du wohl schon, ja? Ja. Ja. Oh. Oh. Hallo mein Freund. Oh, die kann sein. Ich bin da. Ist noch mehr rum? Jetzt nicht mehr. So. Weiter geht's. Das ist Benzin, da gehe ich nicht dran. Oh, 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 oh. Das ist mir sowas von offen hier. Ja, das wird lustig gleich. Hier draußen. Schlange. Aua, ich bin das. Da ist eine Schlange da oben. Noch eine. Okay. Okay. Wo steckst du? Direkt hinter dir. Ach so, hallo. Entloot? Ja. Also ich befürchte, wir kriegen gleich... Renn, 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 renn. Am besten in dem Container. Ja. Ja. Machen wir das hier weg. Hier auf dem Boden. Oh nein. 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 Scheiße, geht nicht. Nein. 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 Ach, da hast du ihn doch gekrampft für die erst mal? Nein, habe ich nicht. Nein, ich weiß, aber die passen super rein. So, Tasche. Aber wenn ich... Es sind aber noch ein paar. Ja, aber die haben sich dezimiert. Da oben. Drei Stück sind es nur noch. Ich dachte, ich habe hier welche gesehen. Okay. Die sind hier. Ist sauber. Na dann. Schlösser knacken. Ich bin gelivelt, sehe ich gerade. Ich bin schon wieder randvoll. Zwei Antibiotikum habe ich gefunden. Ich kann gar nichts mehr aufnehmen. Sag es mir, was ich wegtun kann. Oder was du nehmen kannst. Der graue Haufen da. Was ist das? Zement? Kleber? Ja. Den verbannt, den ohne Kreuz? Ja. Die neben dem Antibiotika, das Ganze wegschmeißen. Nee, das nicht. Das meine ich. Ja, aber verbannt das so auch. Aha. Oh. Leder. Diese Teile mit dem Messer. Ja. So. Na ja, kommst du erstmal wieder ein bisschen hin, ne? Ja, dass ich wenigstens meine Motion... Wo hast du das rein? Da. Was ist das? Der Rest. Ja, das ist auch für dich hier drin. Das kann ich nehmen zum Verkaufen. Das und das. Und das. Und in die Gräuke sind noch zwei Sachen für dich. Ja. Och, Spiel. Hast du mich wirklich hier hochgelockt? Für nichts. So, ich bin voll voll. Die Küche war nicht schlecht. Zwei Fett. Okay, dann zurück zum Händler. Mhm. Und wo bist du? Ich bin mal hochgegangen. Ich hab doch gerade eine Tür aufgemacht da hinten. Komm. So. Ach guck mal, hier haben die gegrillt. Kann ich nichts nehmen. Aber die zwei Rohre und die Koppelstun. Und ich erzähle jetzt nicht aufgemacht da. corpses sindvocist. Dann bist du damit vor shock. Das ist ja nicht nur ich, ups. Und dann machen wir Benzin im großen Stil. Wenn du weiter so schnell fährst, dann ist das nicht viel. Ich fahre doch ganz normal. Ja, jetzt? Ich habe aber gesehen, dass du Gas gegeben hast. Ja, ich war nur auf Sprintmodus. Ja. Wer ist beim Stoppschild einfach so durchgefahren? Ja, weil ich es kann. So. Erstens war ja ein Update, ne? Außer, dass die Autos jetzt ganz anders auseinanderfallen, ist mir bisher nichts aufgefallen. Äh, ne. Das stimmt. Das stimmt. Äh. Ja gut, das sind vielleicht kleine versteckte Sachen. Keine Ahnung. Äh. 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 Okay. Ich kann nichts nehmen. Erstmal kommst du mir mal ein paar Sachen ab. Ich kann ja auch nichts nehmen. Ach. Scheiße. Äh. Ich will den Motor wieder immer noch nicht haben. So. Äh. So. Achso. Du bist mir bestimmt was abgeben. Ja klar. Ich kann doch gar nichts nehmen. Wie viel kann ich dir geben? Alles zum Verkaufen. Das war's. Ich bin voll. Alles klar. Oh, ich hab irgendwas geschafft. Ja du hast ja die... Holzfelder schlechter hab ich geschafft. So. Und noch eins? Nicht schlecht. Also Munition. Ich hab äh. Fast das Dreifache als beim... Beginnt der Ausflug. So. Was haben wir denn gekriegt hier? Öffnen. Äh. Klamotten bist du durch, ne? Scharfschütze. Das ist jetzt für mich. Schmelztiegel brauchst du noch einen? Oder Solarzelle oder so? Oh. 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 Aber ich kann nichts mehr nehmen. Nimm einen Wasserfilter. Den Wasserfilter. Ja. Dann brauchen wir das Wasser nicht immer abkochen. Noch mehr? Ja, ich hab die ganzen Sachen bestätigt, die ich eingeräst, die ich geschafft habe. Ja. Super. Äh. Ja, das kannst du rauswerfen. Dann nehme ich das auf. Messbecher voll. Fertigungspakete. So. Ich bin durch. Bisschen durch. Ich bin durch. Aber dann musst du das auch mal machen. Weißt du? Die ganzen Sachen bestätigen. Ja. Äh. Hier, ne? Ähm. Mach das nochmal schnell zusammen. Ne, nicht Quest. Da. Herausforderung. Ich hab jetzt auch diese, dass ich das dreckige Wasser ähm. Trinken kann. Hab ich jetzt auch. Oh, wie viel. Scheiße. Ja, ja. Ja, ja. Ja, aber ich hab keinen Platz, um alles anzunehmen. Ist schon klar. Äh. Warte mal, das geb ich dir ab. Guckst du mal kurz? Das hier. Hast du auch? Alles klar. Schmeiß. Ja, ich weiß aber jetzt nicht was. Äh. 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 Ja. Die Mod war für dich. Ja, richtig. Das Gammelfleisch kannst du mir geben. Ja, dann hab ich jetzt genug Platz, um alles anzunehmen. Du hast bestimmt was Gutes für mich? Äh. 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 150,7,2 für meinen Scharfschlitz. Super. Äh. 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 Können wir dir einen Gang für meinen von der Falle. Und gib mir mal die Zigarre. Oh, das hab ich schon alles. Vierfachtaschen, dann hast du keine Probleme mehr. Jo. Oh, danke. Wasserreinigung hast du ja schon. Das ist ziemlich, das sollte wie ich auch. Dann kannst du nochmal den Wasserfilter nehmen. Da haben wir für beide. Einfach für beide. Ein Filter. Das ist super. So, Freunde. Wir machen hier einen Cut. Wir fahren nach Hause. Äh. Machen wir erstmal ein bisschen Fleißarbeit. Morgen müssen wir an den Turm arbeiten. Die muss geändert werden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.